Anstatt einer Kalorienbombe gibt es heute eine Vitaminbombe. Wir zeigen euch, wie ihr einen erfrischenden Nektarinen-Weintraubensmoothie ganz einfach selber machen könnt. Dazu werden als erstes die Nektarinen vom Stein befreit und in grobe Stücke geschnitten. Danach wärmen die Nektarinenstückchen zusammen mit Weintrauben, Banane und eiskalten Apfelsaft in einen Mixer gegeben. Das Ganze könnt ihr am Ende dann mit einer Weintraube, etwas Minze und einem Strohhalm servieren. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist wie immer in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf amerikanisch-kochen.de Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!